Wie geht es dir? 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 Ja, also jetzt sind wir hier vor dem Physioraum und jetzt wollen wir mal gucken, was der Paul so treibt vor dem Physio und am besten gehen wir mal rein. Ja, wie man sieht, sind wir wieder nur am rumliegen und macht wieder nichts. Na Paul, was hast du Schönes? Bitte? Was hast du so Schönes? Ja, ein bisschen Schulterschmerzen, ein bisschen Rückenschmerzen. Ein bisschen massieren lassen. Sieht ja mehr so chillig aus, was du machst, ja? Also eigentlich ich weiß nicht. Ist ja nicht so schlimm, oder? Nee, nee, das dient alles nur der Prävention, damit ich nachher wieder angreifen kann im Training. Ein bisschen behandeln lassen ist ja auch immer gut. Und Füße, was sagst du? Alles gut bei ihm? Ja, es geht besser, aber ein bisschen fest hier oben gerade. Da hat er ein bisschen Probleme gerade. Wie man hier sieht, in diesen Bereich rein. Ansonsten gar nicht so schlecht, ne? Ja, es ist anstrengend. Ja, es geht nicht wieder kaputt. Ja, Paul hat schon immer Probleme mit der Schulter. Wurde auch operiert und daher braucht er halt öfters mal ein bisschen mehr Behandlung als die anderen. Und deswegen ist Paul öfter mal hier zu sehen beim Physio. Hab ich dich nicht eben auch erst gesehen? Nee, ich war gestern dran. Ja, dann lassen wir ihm mal ein bisschen Ruhe. Und ja. Tschüssi.